moin ich bin's wieder ich hatte voll falsch im kopf das was ich gedacht habe was alles noch kommt kommt auch noch aber nicht jetzt das kommt jetzt mit das heißt ich muss wirklich erst in den tempel mal schauen ob die mich noch kennen okay das hat ja super funktioniert könnte trank der geschwindigkeit brauchen ich kann das ulu-mulu leider auch nicht ablegen weil sonst gehen halt die anderen auch nicht auf okay ich muss in new york stadt ich muss in diesem tempel und wie komme ich dann anscheinend nochmals zu sagen dass ich dachte wirklich auch stadt wäre endgame das muss ich die schamanen killen ach auf einmal greift er mich doch an dieses spiel ist sehr verwirrend das ulu-mulu ist halt ne kackwaffe ganz ehrlich die sieht zwar cool aus aber ist scheiße sind halt wirklich arsch viele orks ich frage mich ob sich irgendeiner bei denen mal durchgeprügelt hat wahrscheinlich ein magier der feuerregen kann ganz ehrlich magier feuerregen gehst du durch buddha wua ok Hörst du mich an? Okay, 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 okay. Das war gerade richtig knall. Lass mich ja in Ruhe. Hey. Also hier drin ist es sowieso egal, hat Urscha, glaube ich, gesagt. Das heißt, Wachestahl. Sieht aus wie der Erzdraffentyp. Das ist doch jetzt neues Gebiet. Bist du was? Ich gehe einfach rein. Das ist mir so bumm's mittlerweile. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde das herausfinden. Okay. Von mir aus. Solange ich wieder rauskomme, weil ich hätte gern die anderen Parts von den Questteilen auch noch irgendwie. Man merkt gerade, dass es wirklich nur halb blind ist, weil ich weiß, es sollte außerhalb noch was kommen. Aber irgendwie kommt es nicht. Okay, das war... Okay. Okay, das war... Okay, das war... Okay. Okay. ich dachte irgendwie gespeichert ich finde das gerade aber mega geil muss ich sagen auch 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 Das war's. Warum erinnert mich das an Indiana Jones und der Tempel des Todes? Was ist das? jetzt habe ich nur die spruchrolle gekriegt nichts besonderes nichts nichts Vielen Dank. Ich raff's nicht. Oh! Erst Mitte, dann links, dann rechts. Okay. Mitte. Dann du. Dann du. Ist draußen was passiert? Nee, das Tor ist immer noch zu. Hä? Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ich hab's doch richtig gemacht. Ich hab's doch richtig gemacht. Ist hier noch irgendwo lang? Nee. Vielleicht doch und ich hab den Schalter noch nicht gefunden. Okay, die Tafel da vorne sagt. Erst rot, dann gelb, dann das andere. Erst rot. Gut. Das. Und das. Und das. Hä? Hä? Einmal geht's oder was? Jetzt ist alles offen. Hä? Was hab ich denn davor anders gemacht? Nichts eigentlich. Ist mir jetzt auch Bums egal, Bums egal, Bums egal, Bums egal, ist mir jetzt auch Bums egal, wo bin ich hergekommen. Oh man. Die sind doch bestimmt Micrawler, oder? Dacht ich mir. Tempel? Hab ich noch Lichtspruchtrollen? Was glaub ich noch. Blutschneide 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 Was ist das? Was ist das? Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Lichtbringer. Okay, I guess. Okay. 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 Das war's. Das ist der Weg, wo die nicht hergekommen sind, oder? Ja, also da, wo ich das erste Rätsel gemacht habe. Eine Skelett-Magie. Das ist der Weg, wo ich das erste Rätsel gemacht habe. Das ist der Weg, wo ich das erste Rätsel gemacht habe. Das ist der Weg, wo ich das erste Rätsel gemacht habe. Okay. Ich werde hier einfach reingeschmissen und habe keinen Plan, was ich machen soll. Oder so. Boah. Boah, Konstriktor. Hier ist zu. Da bin ich hergekommen. Hier war gerade diese komische Cutscene. Ja, entscheidend sind wir jetzt wirklich Indiana Jones. Da bin ich hergekommen. Ich möchte mal aber wissen, ob man die Falle überleben kann. Da bin ich hergekommen. Okay. Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. Oh Gott. Es sind häufig zwei auch solche Kackrätsel, da kann ich mich nicht dran erinnern. Die Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Schabernack, Alter, wie war immer das eingefallen ist, der hat bestimmt noch ein Gehaltsserium gekriegt. Letztes Mal. Der steht nicht auf. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Warte, habe ich den nicht gelootet? Auch, oder? Na, ich denke schon. Falls nicht. Ich bin nicht gelootet. 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 Jetzt ist erster Felt. Vielen Dank. Was zum Fick? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich schau mal, ob ich diese Kack-Schwerter von diesen Typen hab. Warte. Seitenklinge Lichtbringer. Ja. Ich hab zwei von denen gekillt und ich hab zwei Klingen. Ich hab zwei Klingen. Ich hab zwei Klingen. Ich bin grad echt überfragt. Ich hab zwei Klingen. Gar keinen Schimmer. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich versuch's nächste Folge nochmal.